Das Auto hört ihr, kommt ihr in eure Richtung. Ist hier oben, draufballern. Einer ist ausgenockt. Schön. Achtung, da läuft einer. Oh nice, nice. So Leute, ich bin jetzt der Markus vom Kanal GameCop. Hier gibt es ein kleines Play-On-Uns-Battlegrounds-Video mit dem InsideTV, beziehungsweise Alex, dem Basti und dem Jorgo. Der Alex ist mal wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut gerne mal vorbei und ja, jetzt viel Spaß mit dem Video. Jungs, aber dann lootet ihr mal da. Ich loot hier die zwei Häuser an der Straßenebene. Dann komme ich gleich zurück. Ich sehe eh keinen in der Nähe. Ne, gut, dann können wir uns ein bisschen trennen. Achtung, noch ein Rad hört ihr? Ja, versteckt, versteckt, versteckt. Nichts hängen. Das hat jetzt erledigt. Sorry. Wir fahren weg. Ich habe einen ausgenockt. Nein, okay, nice. Wollen wir den dann lassen? Nein, die töten wir. Um Munition zu sparen. Ich habe nämlich nur 35, da macht ihr dann weg. So, gut, dass ich nochmal nachgeschossen habe. Ich bräuchte halt 7er Munition, wenn du welche hast, dort. Ich komme mit. Also wenn du dort eine ist, dann nehme ich sie mit. Ich komme einfach mit und hole sie mir dann selbst. Achtung, oben auf dem Berg ist einer, direkt über dir. Genau hinter den Baum. Ich gehe auch hinter den Baum, hinter dir. Die wollen Rache. Oder die haben uns ein anderes Team. Um am Berg. Ich sehe halt gar nicht mehr. Wir sehen den nicht mehr durch die Bäume. Ich habe ihm gerade einen Palz gegeben. Wir sind in einem Hügel, ungefähr 15, 30 Grad. Ungefähr erheilt sich jetzt da oben. Vielleicht hatte den, der wir erschossen haben, ein richtig gutes Equipment. Der wollte es holen oder so. Oh, äh, Shotgun-Schüsse von, äh, Shotgun ist tot. Okay, Achtung, der Typ am Hügel müsste jetzt aufkommen. Ich versuche ihn, äh, an der Popudelzimmer kurz. Ich mache den Shotgun-Typ mal mit der Uzi tot, damit ich dem seinen Luftgeklärung haben kann. Okay, aber es waren noch mehr Schüsse, Leute, ne? Ja, ja. Ja, der ist tot. Ja, Richtung. Sack, Richtung. 15, hinter dem Hügel, 15. Da, wo jetzt der Evro hinrennt. Evro. Evro, wo lebst du hin, Alter? Oder Vyro, keine Ahnung. Vyro. Vyro. Aka Alex. Hast du den? Nein, 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 der läuft hier. Ich komm. Ab ihn. Okay, waren das alle? Ja, waren alle. Äh, loot du den, ich loot den Shotgun-Dude. Ich brauch's. Er ist noch ein Vierfach, braucht noch jemand ein Vierfach? Äh, ich könnte mal eins benutzen, ja, ich. Ja, gut. Ah, du bist ja schon da. Ja, ist. Das Auto hört hier, kommt hier in eure Richtung. Ist hier oben, draufballern. Einer ist ausgedockt. Schön. Achtung, da läuft einer. Oh, nice. Ist tot. Oh, wie geil, Alter. Okay, jeder lootet einen. Oh, der wird geschossen von hinter uns, ne? Von hinter uns, oder? Das ist eine M24, die mich anhört. Äh, ja. Ich bin gehittet. Oder war das, ich glaub, es war so ganz gar. Soll ich, ich versuche, mich wiederzubeleben? Ich seh den, hab den Header gegeben. Shit. Ich hab den schlechtesten Loot von uns. Wo ist der Typ? Der ist ausgenockt. Ja. Mach ihn down. Ist er down? Jetzt ist er down. Jetzt ist er down. Joko, halt rein. Ich schau, ob da noch ein Team, dem sein Team mit irgendwo in der Richtung ist. Ja, ich guck, guck, guck. Heilt euch sofort. Wir können jetzt nicht gleich los. Also 50 Sekunden Zeit. Macht keinen Stress erstmal. Dann müssen ja noch ein Team mit gewesen sein irgendwo. Der hat aber echt nicht gut, der hat nicht gut gespielt. Der hat sich einfach auf den Boden gelegt. Hat den nicht gejuckt. Ich bin auch dafür, dass wir hierbleiben. Ja, ihr seht, 15 laufen sie gerade aus, alle aus dem Mini-Häuschen raus, aber noch nicht schießen, oder? Oder wollen wir schießen? Auf dem Feld. Offenes Feld. Offenes Feld. Norden 15. Ja, schieß, 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 wenn ihr sie seht. Ja, jetzt sind sie hinter dem Baum verschwunden. Okay, ich hätte vielleicht früher einfach schießen sollen. Ja, ja. Aber gut, die sind jetzt weitergelaufen. Jetzt sehe ich wieder einen. Hat vielleicht einen Hit, wenn wir uns sicher haben. Wir müssen unseren Rücken noch ein bisschen auf den Hausten halten. Ähm, Westen 285 hat uns gehört, schaut in die Richtung hinter einem Baum, ist der. Jetzt ist er wieder hinter dem Baum verschwunden. Habt ihr im Headder gedrückt, der ist ausgenockt. Nice. Hier ein Stück nach oben. Team, Team jetzt sehe ich nicht. Zone ist dort unten auf offenem Feld. Ich würde einfach ein bisschen weiter pushen, aber noch bei den Bäumen bleiben. Haben wir Bäume hier irgendwo als Deckung? Achtung, bei mir ist einer close. Am Stein jetzt hier, vorne am Stein. 255 am Stein. Ja, Achtung, der Stein direkt vor dir. Ich sehe ihn. Habe ihn getroffen. Ich sehe ihn leider nicht. Er ist ausgenockt. Mate ist noch da, aber ich werde ihn jetzt nicht angreifen, weil... Da ist der Mate. Mate kommt. Wollen wir weiterlaufen? Habe ihn angeschossen. Er wird wiederbelebt. Soll ich noch reinrushen. Ich schmeiße eine Nate. Weiß noch, ob ich da hinkomme. Ah ne, komme ich nicht von hier. Sind aber gelaufen. Jetzt weg, gransch. Hab ihn. Der ist jetzt beim Baum. Hab zwei Kills gemacht. Hast du schon? Der hat Damage bekommen. Ich laufe immer kreuz und quer, nicht auf mich schießen. Achtung, da hinten am Baum. Hinten, ich sehe es. Der läuft weg. Hat einen Hit abbekommen von mir. Ist weiter reingelaufen. Zone, Zone, lassen die Zone, lassen die Zone. Kommt, lassen die Zone, bitte. Ja. Weil jetzt sind die da oben auf jemand anderen konzentriert. Ja, eben. Der Fokus liegt bei denen jetzt woanders. Oh, da rastet jemand mit der SKS aber aus. Ja, egal. Wir können hier hinterm Hügel bleiben. Ja, hinter einem Baum hier bleib ich. Stein haben wir. Ist der Stein da auch noch drin? Ja, ja, ja. Alles drin. Bleib hier. Hinter uns läuft einer gerade. Der ist jetzt an dem Baum Süden. Ah, shit. Steinschossen. Ja, das ist der. Der hat einen AK abbekommen. Ich muss mich kurz heilen. Von wo? Äh, Baum Süden etwa. Nein, nein, ich sehe ihn nicht mehr. Baum Süden. Da. Ein Tod. Hinter der Zone war der. Joko, war das der, der dich beschossen hatte? Oder war das jemand anderes? Ich habe es nicht gesehen, weil du hast ja hinter uns und da habe ich in die andere Richtung geschaut. Als hinter mich. Nein, nein, nein. Die sind bei den Häusern. 345, ich kann dich nicht holen. Shit, jetzt habe ich den nicht verfehlt. Okay, die haben dich verpisst. Ich hole dich. Lauf ihn noch weiter hinterm Baum. Noch weiter. Genau, so. Perfekt. Und bleib da jetzt. Nice. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Ja, und drück dir dann direkt. Achtung, einer ist genau vor uns. 255. Ich heile immer noch drei Sekunden. Wenn, wenn, wenn du dich mich... Ich kann dich nicht so lange suppressen, weil ich muss mich heilen. Muss ich auch heilen. Ich tue mir kurz ein Schmerzmittel drücken. Doch. Okay, die bei den Häusern, die wurden gerade beschossen. Die wurden ziemlich auseinandergenommen gerade. Also, das heißt, bei den Häusern da vorne sind noch andere Teams. Aber zwei Schweißmittel. Der Typ, der hinterm Stein ist, ne? Hier, Westig 255. Gibt es den noch? Ja, ja, der lebt noch. Der lebt noch. Ich habe nicht gesehen, dass er gestorben ist oder so. Ich sehe ihn aber auch gerade nicht. Ich habe zwei Kills gemacht, habe ich aber vorher schon gesagt. Der Typ, den Stein, den habe ich gekillt. Ah, okay. Also, ich habe beide Kills gutgeschrieben bekommen, weil ich den einen ausgenockt habe und den anderen gekillt habe. Okay, perfekt. Aber reden Sie nutzlos für das Team? Bei den Häusern, bei den Häusern 345, da hört ihr die Schüsse und die ganzen Granaten sind hier. Also, da ist noch ein Team. Und die bekriegen sich immer noch. Die müssen gleich zu uns hoch, aber wir müssen aufpassen. Ja, wir haben perfekt, wir sind perfekt in der Zone. Deswegen sage ich ja, wir sind, wir haben das komplette Glück gerade auf unserer Seite. Der am Stein macht mir Sorgen, der hier. Der kann uns gleich ein bisschen Rape nehmen. Welcher denn wo genau? Sag mal, wo genau. 250, westlich. Wenn du jetzt hier einen Stein siehst, ne? Dahinter war einer. Ah, da, da meinst du. Ja, ja, ja. Okay, jetzt weiß ich, wo du meinst. Alles klar. Oh, der Gegner hat einen Schuss. Ah, der war hinter. Der ist 344 nördlich, unten an der Treppe. Der ist aber in der Zone, der stirbt. Er ist aus dem Spielbereich gestorben. Der hat geflogen. Direkt close. Vor uns, direkt vor uns hier. Wurde zu Stein, was ich gerade angecallt habe. Hab ihn Hedgef gegeben. Oh, nice. Im Laufe. Da. Ganzes Team. Das sind die Letzten. Hab einen, hab einen. Hab auch einen. Da ist noch einer hinter dem Baum. Glaube ich. Ich schmeiß einen Nade. Okay, der ist tot. Äh, what? Wo sind die anderen? Hinter uns, hinter uns. Achtung, hier bei mir, bei mir, bei mir. Hab den ausgenockt. Wo sind die Letzten? Äh, Jogo, kannst du denn einen Stein kriechen? Ich, warte, ne, ich bin ausgenockt. Ich muss das... Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Okay, ich bin hinter dem Stein. Ich bin hinter dem Stein. Hab ihn. Nice. Ja. Einer fehlt noch. Ah, fuck. Der ist direkt hinter dem Baum. Hinter dem Baum. Das ist der Letzte Überleben davon. Hier, hinter dir. Hör auf zu looten. Hinter dir an dem Baum. 255 Westen ist der Letzte. Brauchst du denn jetzt zu looten, wenn du nur noch einen töten musst? Ich lauf, ich lauf hier an dem Ding hier vorbei. Hier, mein Zuh. Ich will noch leben. Ich seh' nicht. Scheiße, wo ist der genau? Der ist direkt hinter dem Baum. Auf dem Baum, wo ich blick. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ah, ich seh's, ich seh's. Ich down. Nice, nice. Geil. Schön gemacht. Glück, ihr habt ihr alle, damit wir zusammenrechnen können. Ich hab 5. Ich hab 5. Warte, dann haben wir... 14? Ich hab nämlich 6. 14 ungefähr. Gut, Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen wie immer, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, ein Abo wäre auch nice. Schaut gern beim Inside TV vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.